Hey, in diesem Video schauen wir uns an, wie man eine Microsoft Word-Datei auf Windows 10 mit der aktuellsten Version von Word 365 als PDF-Datei speichert. Und zwar nicht über diesen Button hier oben, weil es bei manchen nicht funktioniert, sondern über einen anderen Weg. Den zeige ich euch jetzt. Dafür geht ihr auf Datei, dann auf Speichern unter, wählt den Pfad aus, den Ordnerpfad, wo ihr heute im Moment speichern möchtet und klickt hier auf Mehr Optionen. Dann habt ihr hier unten die Möglichkeit Datei auszuwählen, da wählt ihr PDF aus, könnt ihr noch andere Einstellungen machen, müsstet ihr im Normalfall aber nicht, geht auf Speichern und dann wird das Dokument gespeichert. Und falls hier ein Programm ausgewählt hat, das PDF-Dateien öffnet, wird es hier direkt angezeigt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.